Hallo und Willkommen zurück zu einer neuen Folge SlimeRanger. Wir sind natürlich immer noch auf der Suche, wie wir wieder nach Hause kommen. Denn, ja, ich finde den Weg zurück einfach nicht mehr. Und das ist nicht so toll. Ich finde auch halt einfach keinen Teleporter. Da ist einer. Ja, endlich. Nö. Ja, wir sind bei mir. Yippie. Ähm. Ähm, 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 hier erstmal was wegschaffen. Also jetzt und so, ne. Äh, das war gerade ein bisschen zu viel. So, der Honig wird auf jeden Fall hier reingeschmissen. Ähm, die Säbel Ports. Die kommen ins Silo. Denn wir werden heute das erste Mal ein paar Slimes kreuzen. Wir brauchen dazu nur noch ein paar Katzen-Slimes. Die, die wir dort haben, möchte ich nicht verwenden. Und wenn, dann erst später. Äh, Katze, Katzen, Katzen. Ich brauche nur sechs Stück. Da springt eine. Meine. Ich hoffe, das macht man mit denen. Ist hier hinten noch einer? Ja. Hey, komm her. Wobei, vier müssten eigentlich erst einmal ausreichen. Sondern hat nämlich wirklich bei mir noch zwei weg. Ja, und dann müssen wir gucken, was denn ihr Lieblingsessen ist. Ich glaube, erstmal muss ich gucken, wie viel Plotts ich genau hatte. Neun, vier. Oh. Ja, wir nehmen uns noch bei meinen zwei Stück weg. Sind ja mehr als genug. Und die werfen wir hier hinter. So, ein Gehege. Ich vermessen. Hohe Wände. Ein Fangnetz. Das da. Das da. Und eine Musikbox. So, dann. Rein. Das ist zwar nicht das, was ich wollte, aber gut Ernsthaft? So, dann weiß ich, wie man die anderen macht, da brauche ich auf jeden Fall nicht diese dazu, weil ihr kommt wieder hier rein, so Tschüssikowski, wie viele Jägerslimes hatte ich jetzt nochmal, mal gucken, 15, ja da kann man 3 opfern, so, ähm, palim, palim, euch setzen wir auch da hinten hin, blauer Teleporter, neuer Bauplan verfügbar, okay, nehme ich an, grauer Teleporter, wird ja immer besser hier, ähm, scheiße, zerstören, geh mal weg, Hühnchen, geht doch, äh, Gehege, hohe Wände, Musikkopffangnetz, Sonnenschild, wir brauchen Geld, so, und so, und so, friss, so, da haben wir unsere Säbeljäger-Logo-Dingsbums-Teile, äh, ähm, was, das war schon an Feldern, okay, das ist mies, dann muss ich jetzt hier unten eins anlegen, machen wir hier hin, ne, wir machen das hier, äh, ha, 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 ein Zeig braucht Geld, ja, gut, äh, noch mehr Hühnchen, kommt mal her, ihr Chicken Nuggets, hier, du kommst her, und du kommst her, ja, kommt her, Hühnchen, kommt, 1, 2, 3, 4, hier, reicht, äh, hab ich ja, ah, okay, der mag männliche, so, das sind jetzt ganz normale Hühner, das heißt, die hier stehen auf Steinhühner, so, lasst es euch schmunden, ne, obwohl, ein paar kann ich hier drüben reinschmeißen, so, einsammeln, gut, der sammelt ja automatisch, gehen wir die paar jetzt erstmal schnell verkaufen, oh, das müsste für den Plot Sammler sogar schon ausreichen, wenn mich nicht alles täuscht, ähm, Tatsache, los, sammel auf, sehr schön, äh, hier, Hühnchen, kommt mal raus, so, ihr kommt hier bitte auch mal wieder raus, zufrieden sind sie auf jeden Fall, das ist sehr nice, aber ich brauche noch mehr Geld, denn, ja, wir müssen ja noch diese Coca, da, Dings, Peta-Pflanze, ähm, anbauen, was heißt, wir besorgen uns jetzt noch ein bisschen Money, so, sehr schön, okay, mehr gab's nicht, ähm, ne, Kristall, die bringen am meisten momentan, so, das heißt, wir müssen hier rüber, so, na, das war's, dann gehen wir die jetzt erstmal schnell verkaufen, jo, da haben wir wieder 3000, was will man mehr, ich überleg grad, ob ich diese, Dings, Slimes nicht hier mache, dann muss ich doch glatt mal testen, ob die Steinhühner fressen, denn wenn ja, dann hör mal mit den, äh, Katzen-Slimes auf und tun die so groß machen, friss, friss, jetzt friss doch mal, hallo, ernsthaft, ah, ok, wie doof seid ihr eigentlich, haben die hier was drinne, ja, das holen wir uns jetzt raus, wenn das Hütchen weg ist, wissen wir ja, was die fressen, die fressen auf jeden Fall Gockel, das heißt, dass wir unsere Jäger-Slimes da hinten etwas weiterentwickeln, und zwar zu Säbelzahn, äh, äh, Dingens, hier, ihr wisst schon, warum explodieren die so arg, das ist nicht schön, äh, hier, jetzt kommt noch mal her ein Cleaner-Zwerg, wir haben hier zwei, drei, sechs Stück, muss reichen, mehr gibt's nicht, warum bist du draußen, bitteschön, du bist ein doofes Mistvieh, eindeutig, jetzt teste ich das hier trotzdem noch mal, äh, nein, achso, stimmt, die fressen ja Gockel, hahaha, ähm, ja, die fressen ja Gockels, stimmt ja, aber nichtsdestotrotz, das bleibt jetzt so, wie es ist, äh, die haben wir hier, die Mietsplotz haben wir dort, so, jetzt haben wir noch sechs Jäger-Slimes, was machen wir mit denen, tschüss, aber die fühlen sich hier viel wohler, warum, warum, warum ist das so, das könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare stellen, warum fühlen die sich dort wohler, hm, gute Frage, so, einmal hier raus, mit euch habe ich auch gleich noch was vor, so, so, du kommst jetzt mit, da rein mit dir, ähm, warum, die fühlen sich doch hier auch wohl, ist das, wir machen das ganz anders, das lassen wir so, ähm, habe ich jetzt alle Küken eingesammelt, ja, wir holen die Jäger-Slimes einfach hier hinter, und die Mietslimes lassen wir da vorne, genau, ähm, hier, ich bin jetzt einfach mal ein bisschen grausam, du Monster, läuft bei mir, hier sind nämlich alte drin, die können auf jeden Fall erst mal raus, und hier ist kein Gockel, sehr schön, oh, oh, okay, das ist nicht mit dem ihr Lieblingsessen anscheinend, aber warum, egal, ist mir jetzt echt sowas von schnutz egal, Jäger-Slimes, Jäger-Slimes, Hör auf, aus, sag mal, du blödes Vier, jetzt fangen die aber auch an, langsam zu explodieren, jetzt fresse ich langsam mit dem Basen, ich, ich weiß hier gerade gar nichts mehr, wer, wie, was, wo passiert, also, jetzt bin ich gerade selber überfragt, gut, aber den Rest finde ich dann offscreen raus, ich werde das offscreen jetzt alles hin und her, äh, machen, und ich hoffe, es hat euch gefallen, wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da, und ich hoffe, wir sehen uns in einer weiteren Folge, wenn es wieder heißt, Slime Ranger, bis dahin, bleibt entspannt, genießt den Tag, und bye, bye, ciao.